Hey, meine Freunde und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. So, ich hab mal wieder found. Ja, es heißt ja schön. Und ich wollte mit euch jetzt zu dem Schrein, der da oben irgendwo ist, hinten. Bevor wir da zur Verheerung gehen. Und wir haben das hier noch nicht gefunden. Das hier. Ich war mir eigentlich fast sicher, dass das auch am Schloss ist. Im Hintergrund dann... Na, wobei... Der Canyon im Hintergrund. Müsste... Eher im Canyon sein. Also bei den Goronen. Oder vielleicht hier. Oben so. Je nach Perspektive. Ja, nee. Nee. Nee, hier ist das nicht. Keine Ahnung. Ich war mir eigentlich fast sicher, aber... Der hat ein Flammenschwert, der Typ da hinten. Läuft bei denen. Aber ich will auf jeden Fall gleich nochmal ganz kurz zu Dings. Nach dem Schrein zum... Äh, Institut. Zum Arcala-Institut. Denn ich würde ganz gerne... Nochmal Pfeile gucken, ob ich Pfeile holen kann. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher... Ich glaube, Rubine haben hier gefehlt. Aber ansonsten bin ich mir gerade nicht sicher, was mir da gefehlt hat. Das ist ein Krok. Hä? Was machst du denn? Boah, ein Bombenpfeil. Tier kaputt. Hast du einen Pfeil droppen lassen? Und der ist verwirrt. Hä? Woher kommt der denn jetzt da? Junge, Junge, Mann. Ich glaube, das ist so ein Ding, was man folgen muss, oder? Gar nicht schießen? Habe ich da jetzt Bock drauf? Ja, komm. Die Dinger stehen ja still. Wo sind denn hier noch welche? Äh, hallo? Hä? Seht ihr jetzt auch welchen? Unter mir? Ja, tatsächlich. Okay. Ist egal. Sind nur Krocks. Brauch kein Schwein. Ich war mir gerade ein bisschen verwirrt, wie ich das hätte machen sollen. Aber ich glaube, ich wüsste jetzt, wie. Einfach runter gucken. Aber naja. Hier waren wir auch noch nie, oder? Sieht auch cool aus. Ich glaube, das ist auf dem Baum, oder? Oder nicht? Oder doch? Wo ist denn hier? Ähm, Pyromagos. Nee. Lieber nicht. Was haben wir da? Nee, hat sie. Nee, brauche ich jetzt auch nicht. Ah, hier ist der Schrein drin. Hä? Den habe ich von... Oh, war wahrscheinlich ein bisschen glitchy, ne? Namaka Ufo Schrein. Schauen wir mal, was wir da machen müssen, ne? Schauen wir mal nach. Auf geht's. So. Tada! Oh nein, kämpfen. Bitte, was ist mittleres? Leicht, nicht schwer. Willkommen, Willkommen. Mein Name ist Namah Ufo. Im Namen... Hylia wirst du geprüft. Du wirst deine Kraft geprüft. Mittel. Okay. Mit Mittel kann ich schon leben. Gut, dann komm mal her, du komischer. Kleiner, diese Fratzi, du. Mittel sollte... ...bei unseren Sachen inzwischen gut machbar sein. Der mit seinen Doppelwaffen da. So, dann komm mal her, mein Freund. Aua. Und da ist mein Master Sword. Die Kraft verloren. Äh, tö. Flammenschwert mal probieren. Oder den Eis da. Zack. 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 Ha, hättest du wohl gerne, ne? Wow. Ach komm, Eis raus. Okay, jetzt nicht mehr. Aua. Wow. Eisschwerbs, er bricht gleich, oder wat? Was machst du jetzt? Was denn? Laser? Ah ne. Sind wir noch da? Okay. Zack. Eisschwert kaputt. Dann nimm mal das Eisschwert. Okay, was machst du? Ah, Laser. Okay. Bereit. Zu fliegen. Na. Ui. Eingefroren. Und zack. 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 Ich glaub, der will lasern. Bin mir nicht sicher. Was der da genau vorhat. Was machst du? Schießt du? Ja, er schießt. Dreimal. Dürfen wir nicht vergessen. Öh, nein. Was? Mein Schild ist kaputt. Okay. Warte mal. Ich hab ne Idee, wie ich an den reinkomme. Dreimal. Ich vergaß. Oh, gut, dass ich nicht dreimal getroffen werden kann. Oh, scheiße. Ich hab vergass. Man kann hier nicht einfrieren. Ich vergaß. Ich glaub, das ist ganz einfach. War das nicht hier mit? Hm. Oh, meine Fee. Oh, scheiße. Die Fee wollte ich eigentlich nicht benutzen. So, halt mal die Backen jetzt da. Ja, mein Freundchen. Ich hab vergessen. Das ging ja relativ einfach. So, tschüss. Ne, wer hat das Plus bekommen? Nur noch ein bisschen Matz und so ein Kram. So, hier das Zeug hier. So, das Gute ist, wir werden jetzt wieder geheilt. Ah, das mit der Fee ehregert mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich sagen. Die Fee hätte ich ehrlich gesagt noch gerne ein bisschen behalten. Na ja. So, mach mal ob hier. Na, ichs Lanze. Uh. Und das auch nur, weil ich... Ich das hier aufgesammelt hab. So, hier bitte. Ichs Lanze, fahr den kleinen Deutschen Fratschi. Dann gehen wir mit deinem Siegel bitte, kleine Alien. Du hast deine Prüfung gestärkt und gemeistert. Du bist Zeichen der Bewährung bist du. Fünf? Ich hab gedacht, ich hätte acht. Hätte ich drauf wetten können. Hach, ist das nicht schön, wieder in der Luft zu sein. So, wir wollten mal eben zum Akala-Institut, oder ich wollte da eben hin. Machen wir auch direkt. So. Dann schauen wir mal. Ich glaube, bei mir hat Geld gefehlt. Nein, nicht du. Ja, ja, ja. Nein, tschüss, Mann. Hier, du da. Willkommen. Warte, hab ich verschluckt. Ah, nee, Pfeile. Ah, nee, Rubin haben. Ja, ich gefehlt. Nicht Rubin. Irgendwo, teuer, teuer. Ich hab mir extra dafür Pfeile gekauft. Genau, so war das. Gab's hier irgendwo ne Stadt? Hier, was ist das? Stall. Der Stall, der Stall. Da kann man auch aufverkaufen. Wir gehen mal eben zum Stall. Das Ding lebt immer noch. Warte. Tja. Hä? Ach, du. Nee, du nicht. Nicht du, nee. Oh Gott. Soll ich was sagen? Ich glaube, teleportieren wäre schneller gewesen. Das sieht so auf der Kante so nah aus. Dabei ist das so weit. Oh, für klein, für klein. Hallo. Oh. Hä? Hä, hä. Oh. Ein gefrorenes Flügel. Ja, lol. Ja, guten Appetit, Link. Guten Appetit. Oh, hi. Die Kacke. Komm her, du. Tja. Komm her, du. Bam. Nein. Nein, 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 nein. Aua. Stepp doch mal. Danke für dein Stuff. Kann ich gut gebrauchen. Hier an und verkauf vertrauen. Nee. So, Terry, mein Freund. Wo bist du? Wo ist denn Terry, mein Freund? Terry-Freund? Terry-Freundchen. Hallo, hallo. Wo ist denn der? Sind ich hier? Doch, der ist immer hier. Der ist bei jedem Stall, wo ich bin. So viele Quests hier. Das ist kein Terry hier? Ne. Habe ich schon einen Koron-Händler hier irgendwo eben gesehen. Hallo, das ist Terry. Aber das ist Terry und kein Koron-Händler, den ich da gesehen habe. Hey, du, 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 bleib stehen. Wie ein Hühn. Hühnchen. Ja, ja. Hey, ich hatte so viel, dass wir uns wiedersehen. Aber, ähm, Schluss ein. Oh ja, wir sind ins Zielen ausgeschaut. Verzeih mir, meine verstandene Vorschau. Was hätten sie gerne? Na, okay, verkaufen. Oh, ja, ja. Äh, was wollte ich denn verkaufen? Äh, ich wollte erst mal... Was? Wofür brauche ich das hier? Ah, Medizin. Ne, brauche ich nicht. Äh, ja. Kannst du haben. Äh, ja, ja, genau. Kannst du haben. Äh, das ist ein Zahn, ne? Ist auch für Medizin. Ja, weg damit. Brauch keine Medizin. So, bitte. Ähm, hab ich sonst noch was? Ganz schön viele Brandschutzmedizin. Hier, die kannst du alle haben. Ja, die brauche ich alle nicht mehr. So, die kannst du auch haben hier. Yeah. Und die kannst du auch haben. Habe ich schon ein bisschen zu viele gekauft damals. Habe ich. Kannst du auch haben. Und... Das kannst du auch haben. Nein. Ne, verkaufen. Hallo? Bin du nicht fertig? Ja. Ah, du nimmst gar... Doch, du nimmst erst... Erz... Wernsteine. Kannst du auch sechs Stück haben. Da. Bitte. Opal. Kannst du auch vier Stück haben. Bitte. Wow. Lötschstein. Kannst du auch ein paar haben. Fünf. Bitte. Was ist das hier? Boblinhauer. Kannst du auch fünf haben. Ja, bitte. Hiervon kannst du auch ein paar haben, mein Freund. Und zwar so... Fünf... A 17. Bitte. Hiervon kannst du auch ein paar haben. Und ich war... Auch so sieb... 17. Merkst du nicht selber, dass ich dich gerade... Oh, fünf von den Schleimensiedel hier. Hier. Hier 70. Ja. Wow. Ja, ich hab die Blanke gemacht. Ist doch geil. Okay, was hast du denn? Du hast bestimmt Pfeile. Gib mir mal Pfeile hier. Ja, hier 20 Dinger hier. Hm, ja. Gut, das wären dann insgesamt... Ja, ja, hier. Yay. Nö. Gut, dann pocci ich mich jetzt eben nochmal zum Akala-Institut hoch. Akala-Institut. So, dann schauen wir mal. Wie viele können wir uns denn holen? Wir können uns eh nicht so viele holen. Hallo. Willkommen. Pfeile. Nein, halt. Ähm, Pfeile. Fünf Stück am besten. Direkt. Ja. Läuft. Piep, piep. Vorgang läuft. Piep, piep. Bitte schön. Weiter. Und weiter. Bitte Material. Ich kann mir nochmal fünf holen. So sehr teuer, ne? Na egal. Komm, noch einmal fünf, noch mal zehn Pfeile. Wenn ich dich daneben ballere, alle, sollte das passen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal zum Ausgangspunkt, wo wir eben waren. Und das war hier eigentlich, ne? Aber, ne, hier war das. Genau. Weil jetzt geht's Richtung Verheerung. Ohne Essen. Aber hey. Egal. Ist nicht so wichtig, Essen. Wer braucht das schon? Ich hab Hunger. So. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part, meine Freunde. Somit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Ich soll dieses Mal wiederholen. Untertitelung des ZDF, 2020